halli hallo ihr lieben hier ist euer alter mann aus hülsen düneburger heide und das ist die ansicht die sich mir aktuell aus meinem fenster bietet es schneit es schneit es schneit wie ich es aus meiner erinnerung seit ich denke februar 2009 10 nicht mehr gesehen habe herrliche schneeflocken wunderschön anzuschauen ja einfach freude ich wünsche euch einen wundervollen start in die neue woche habt euch wohl bleibt gesund und bis später ihr lieben tschau tschau